Stimmt, hier haben wir zwei Bären. Zum einen den da unten, den wir nicht sehen können, weil es Pinpette, warum? Eine weiße Pinpette mit, ähm, Steel-Echt. Echten Steel. Jonathan Steel. Betätigen wir erstmal diesen Scheiter hier. Und da kommt übrigens auch unser goldenes Idol rein. Und irgendwo war doch noch... Da ist Bruno. Bruni. Den kann man auch von hier oben aus erwischen. Wenn er möchte. Und, äh, irgendwo da drüben ist übrigens noch ein Bär. Es gibt hier also zwei Bären. Nur wo ist, äh... Bär Nummer Uno. Denn ich hab wenig Lust da runter zu... Ja, unter zu gehen. Runter zu gehen und dann vom Bär da... Geliebt zu werden. Und die Kamera ist wieder hier... Also hier ist sie wirklich ideal. Was? Was ist mit dem Bären? Oh... Er stellt sich tot. Das ist gut. Das ist eine, äh, freudige Nachricht. Jetzt können wir nämlich da unten... Gefahrlos bleiben. Fällt nur noch da drüben. Fällt nur noch da drüben. Denn da drüben müsste ich auch ganz gerne hin. Hm. Denn da drüben gibt es glaube ich noch was. Nämlich auch die Deaktivierung von den Sachen. Dazu. Und ich muss da eigentlich auch hin, weil ich da was auch vergessen habe. Das fällt mir jetzt auch wieder ein. Bruno. Brunhilde. Hm. Kein Bär. So. Und damit sehen wir auch, dass... Die Falle deaktiviert ist. Und hier gibt es tatsächlich kein Bären. Dann war das nur der eine hier. Okay. Das ist... Erfreulich. Na gut, ich wollte das jetzt eigentlich anders machen. War zwar jetzt ein riesen Bauch... Klatscher, aber egal. Super. Das habe ich ja auch vollkommen vergessen. Ja. Dann machen wir das mal anders. Speichern eben kurz. Laufen dann hier rüber. Ja. Super. Die fangen ja wieder an. Na egal. Das sollen wir nicht kratzen. Denn da hinten war glaube ich schon das Exit. Und ich weiß, dass ich noch ein kleines Medipip vergessen habe. Das auf jeden Fall. Ja, von den Fallen lassen wir uns auch wieder treffen. Oh Mann, Beatrix, du bist echt ein voller Horst. Ach ja. Das war übrigens ein Doofheitsfaktor. Hm. Die fiel ich auch wieder ein. Die habe ich beim ersten Mal schon eingeführt. Ich dachte mir, die Fall... Die mache ich einfach nochmal rein. Unbewusst. Hat ja damals schon so gut geklappt. Hier kommt übrigens ebenfalls ein Bär. Das weiß ich auch noch. Da kommt er. Und das ist unser erster richtiger Tod. Hm. Jetzt fragen wir uns, wo hat er gesaved? Er hat natürlich hier gesaved. Und bevor das da wieder anfängt... Obwohl ich glaube, das fängt erst wieder an, wenn man da... ...da durch ist. Ach ja. Dann mache ich das noch fertig. Also dieses Level hier. Und dann... ...mache ich auch den Cut. Und dürfte eigentlich so ziemlich... Jaaaa. Ach, wisst ihr was? Ich brauche eigentlich das Leben. Für den Bären. Für den Bären. So, da kann ich einfach durchrannen. Ah, ha, 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 ha. Ne, aber es freut mich, dass es so... ...flüssig jetzt auch läuft. Ziemlich flüssig. So, und wer jetzt glaubt, dass ich da nochmal drauf reinfalle... ...der hat sich ganz schön gepfeilt. So. So, noch einen Schritt. Und rolle. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Energie. Für den Bären. Der, der immer so wunderschön reinkommt. Weiß Kambodscha, warum der da reinkommt. Oder wie er da hinkommt. Hier haben wir auf jeden Fall unser kleines Medipack. Das freut mich. Na nü, wo bist du denn? Kommst du aber von da oben, oder was? Fährt er so runter, so... ...puh, bruh. Bärilein. Da bist du ja. Komm rein und spiel mit mir. Ich streck dir auch mein Hintern dagegen. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuckuck. Kuckuckuckuck. Jetzt sag nicht, ich muss da runter. Ah. Ja. Kaum kommt man runter, schon lächelt er einen doch so ziemlich in die Kamera. Waffen ziehen, ziehen, nicht drücken. Komm rein, komm rein und spiel mit mir, denn das macht mich so derbe froh. Hallo, hallo. Wieder mit dem Hintern gewickelt. Ich weiß nicht, aber so kann man die Bären und sowas ganz gut anlocken, glaube ich. Bist du noch da? Ja, das bist du. Ich brauche ja jetzt eigentlich kein Medipack zu verschwenden. Weil es wäre ja eigentlich jetzt, gerade jetzt ist es unsinnig, eins zu verwenden. Denn wenn man nicht, wenn ich jetzt eins verwende, dann ist es unsinnig, weil ich brauche es eigentlich nicht zu verwenden. Weil mit einem neuen Level hat man sofort wieder volle HP, weiß der Gießbettgeier warum. Und wenn ihr Gießbettgeier nicht kennt, dann habt ihr wirklich was verpennt oder seid keine Bremer. Das war auf jeden Fall lustig mit dem Ping-Ping-Ping-Ping-Song. Ne, Pim-Pim-Pim war das. Das hört sich immer nur noch Ping-Ping-Ping an. Ping-Ping-Ping, so geht der Song. Ping-Ping-Ping, all light man. Ping-Ping-Ping-Ping, das macht mir gut. Ping-Ping-Ping, schon geht's mir gut. Kann man glaube ich auch auf YouTube finden. Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping-Ping- ich müsste eigentlich so gut wie alles haben wenn ich hier nun lange gebraucht habe eine dreiviertel stunde habe ich hier beim ersten mal auch gebraucht und man hier hat das erste level gesehen 17 minuten das krieg ich glatt in einen part rein naja zwei parts aufgrund der tatsache dass ich da noch die anfangssequenzen habe noch ein anfangsgelaber und dazu auch noch ja bestimmt auch noch niges okay das war jetzt reine doofheit absolut nicht nachgedacht und absolut daneben also bei ich muss noch mal den bären irgendwie zufrieden stellen der aber kein problem ist hohoho okay ja Ein paar mal kann man mit mir diesen gleichen Fehler machen, aber nichts noch mal Oh, das ist gemein, dass es so so abbricht und ich sollte vielleicht auch mal gedenken ein, zwei Sachen auszuschalten bevor ich hier anfange aufzunehmen Hier haben wir unseren Haircutting Extremus oder Fettleister Nein, noch besser Weight Watchers Pendelt ihr gewiss in eine richtige Richtung Wobei das Pendeln bitte schon wörtlich zu nehmen ist Weil das mit einem Pendel gemacht wird Ach egal Springen wir eben halt ins Wasser haben wir auch noch nicht getan Ist auch vollkommen unbekannt So und hier müssen wir nämlich das Idol einsetzen Falls wir es nämlich noch nicht haben Dann haben wir ein kleines Problem Und hiermit ist auch das Level beendet Ich habe nur zwei von drei Secrets gefunden Weiß der Teufel, wo ich nochmal das dritte gefunden habe Egal Dann habe ich wenigstens Habe ich ein Medipack weniger Dafür habe ich aber auch weniger benutzt Nämlich keine Bis jetzt Und ich würde dann sagen Macht hier einen Cut Und Nein, Quatsch Noch nicht Ich mache noch keinen Cut Wir machen nämlich hier Einen Speichokus Numeros Und Machen hier einen Cut Und sage Bis zum nächsten Let's Play Apart Blatt ist auf B Meldet es ab